Ihr seid beide Stone, oder? Ja. Ja, dann fange ich schon mal an, ein bisschen die Räume glatt zu polieren und dann stellen wir da Möbel rein. Also erst mal betten. Werde ich ja gesagt habe, ich will hier schon mal ein bisschen erweitern. Weil hier kommt dann ein Fischworker und ein Lederworkshop hin. Und hier ein, ja auf jeden Fall ein Boyer muss hier mal hin. Und wir brauchen wieder mehr Holz. Ja. So. So, wir sind gefällt. Rockkoffers haben wir. Neue Migranten. Was haben wir denn schönes? Ein Planter. Ein Herbalist. Jede Menge Kinder. Ein Woodcrafter. Den können wir noch zu Wood machen. Ja. 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 Alles nacheinander. Ja. 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 Da ist er. Ja. 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 Das ist ja jetzt etwas, das wir langsam, aber sicher lösen wollen. vorausgesetzt hier fängt bald mal einer an, damit äh, Crafts of Workshop, du pausier das erstmal wieder so, hier wollte ich ähm, Workshops hier bauen und zwar brauchen wir wie gesagt äh let's group first äh, nee, ich brauche äh genau einen Ladder-Workshop hier drüben aus Kalkblöcken und da bräuchte ich noch Workshops Farming dürfte der sein The Fishery genau wenn ich nach Fisch gucke haben wir ein bisschen Fisch rumliegen in unseren Fisch-Berbels ja du schaffst jetzt was ist mit dem anderen ach so okay, jetzt seid ihr zu zweit wenigstens und ja, das hat definitiv mehr wert, wenn wir äh uns da drum gekümmert haben so jetzt möchte ich mich aber auch hier noch ein bisschen austoben also hier ist unser Eingang das heißt, ich werde gerne all das hier weggechallt also von hier von hier eigentlich bis hier eigentlich ja, ist gerne mal weggechallt was? okay okay, Bone Ladder has been possessed also gerade der mit dem schlechten Mut ist possessed okay 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 Overview. The creative impulse is so valuable. Ich sehe allerdings nicht, außer ich bin jetzt wirklich blöd. Dass er gerade irgendwas braucht. Ah, er hat die Construct schon begonnen. Gut, der preparet den rohen Fisch. Okay, Assump, äh, Tristram, Bone Leather has created Shady Milk, Ex-Move, ich, ich versuche das hier auszusprechen. Eine erschienene Bone-Figur von Ask Verde-Sealing. Er behauptet, es ist ein Erbstück im Namen seiner Vorfahrens, Cosa Grimms. Ja, okay. Aber gut, wir haben... ...etwas Neues. Und wir kriegen Fisch rein. Sehr schön. Oh, Mädchen ist geboren worden. So, jetzt, wir wollten hier, ja, auch noch Workshops bauen. Ja, einmal einen Bowyer, hier auf der Seite. Auch wieder mit einem Kalkblock. Und dann... Was wollten wir noch bauen? Kein Katerpult. Äh, Cages... Mechanic Fluid zum Floodgate. Ja, darüber müssen wir uns auch irgendwann mal kümmern. Ja, darüber müssen wir uns auch irgendwann mal kümmern. Ja, Windmühle. Gearsamble. Gearsamble. Constructions, Wall Fortifications und so weiter. Workshop. Was wollte ich hier noch bauen? Metalsmith brauche ich einen Dings. Äh, brauche ich erst mal... Äh, einen Ambus. Für den Magma Forge brauche ich einen Magma. Mechanic habe ich schon. Wood Firdis kann ich Charcoal machen. Wood Firdis kann ich Charcoal machen. Wie gesagt, erst mal auch keine. Ich könnte aber einen Juwelier hinstellen. Stimmt. Einen Juwelier. Da... Äh, auch aus dem Kaltblock. So. 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 Was sagen denn meine Tasks? Makewalk Door. Äh, kann ich noch andere Zwerge gerade... Fürs Stonecutting begeistern? Nö. Wenn ich so gucke... Du bist ein Novize Graver? Ja. Du bist... Du bist als Woodcrafter. Eigentlich festgelegt. Aber weißt du was? Da kriegst du trotzdem... Das hier. Und das auch. So. Planter. Der Planter ist Talented Planter. Was kann er eigentlich noch so? Ich drücke mal aufs Falsche. Wo ist er denn? Plato. Plato und Appraiser. Ja, okay. Dann... Gucken wir mal kurz. Ich drücke wieder aufs Falsche. Also du bist noch ein... X-Bow. So. Du bist Fischer. Okay. Der Planter wird zum... Aber... Aber ganz ehrlich... Wir nehmen mal unserem General... Das... Holzarbeiten weg. Der kann da nur noch Bäume fällen... Und trainieren vor allem. Ding. Ich habe sehr viele Dabbling Planter. Plant Gatherers. Was kann der Herbalist eigentlich noch? Und ja, ich muss mal gucken. Ich habe doch den Woodcrafter genau. Der da. Das Wood. So. Muss ich echt gucken, was ich den anderen dann noch alles so zuordne. Äh. So sind sie nach Namen geordnet. Ich will sie aber nach Profession geordnet haben. Zum Beispiel muss ich mal gucken, was die beiden Joulewer so können. Habe ich schon für Gem... Neue Work. Stone Cutting. Health Care. Ich brauche auch dringend mal einen Doktor. Ich will mich gerade so ein. Äh. Fishing Related. Ja. Äh. Äh. Ja. Jewelry. Done. Und das ist jetzt, äh... Gem. So. So. Das kriegt du. Und du. So. Das kriegt du. Und du. So. Und in... Nochmal ein Gem. So. 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 Was habe ich denn noch in Hörbillen list. Presser Spinner. Äh. Äh. Nobles. So.